bei sein sollte heute machen wir mit kollegen eine runde breakdown ich bin schon drin okay und noch mit am start ist macht euch selber das ist das ist simon 47 das ist unser gast heute oder willst du mitsagen ich hab jetzt spieler nicht okay denn der von der es von töten und mehr ja da ist der hawk noch mit am start wir haben auch englischen besuch herzlich willkommen und der 47 der mastermind unser sicherheitschef und admin und die schon am start so muss kann ich mal einer einladen hier ich bin hier nämlich im bivac oder muss ich zurückgehen auch wieder so ich brauche meine einladung jungs sagt mal was du einfach mal beitreten ich sehe nicht sich momentan sich gar keinen ich kann nicht einladen ich bin bei ihm in seiner sitzung bin einfach beigetreten da drüben kann man runter ich sehe noch nicht mal freunde zurzeit warte mal wo sie ich sag nur fangen wir da neun spielstand an oder habt ihr da schon ein fang dabei bin da beigetreten beim hock also ich sehe euch noch nicht mal als freunde hier ich müsste aber sichtbar sein ich bin ich im jubel ich bin nur auf der seite auf breakdown also ich kann bin ich einladen ja und ich sehe euch auch nicht ich gehe mal zurück ich schaue mal ob ich mich ich bin eigentlich ich möchte ich war ab wenn kurz so jetzt müsste ich aber zu sehen sein zum zum einladen oder so wo sich denn hier die freunde also wenn ich mich als darkman ghost anmelde mache ich jetzt spiel startet ach so ach so f2 akzeptieren okay dann mache ich das doch mal okay läuft ein bisschen anders als bei dings muss man sich erst sagen aber ich habe jetzt gemeint ob wir dann noch mal von null anfangen alle oder habt ihr da unterschiedliche spielstelle war das ein kring der orientierung frag mich nicht fehler ist aufgetreten finde ich ich habe gekreischt okay dann mache ich mal mein level da da also ich habe heute abend ist angefangen so dann kann weil ich kann niemanden sehen schlägt sich gerade ins spiel so wie das mit diesen einladungen hier funktioniert weiß ich auch nicht so ganz also master master ich habe dich nämlich im juli geändert das kann sein also denn was ich mache ich mal den markt da meinst du mir ein naja jetzt bin ich zu ihm egal das geht ja auch machst du mal lädst du mich mal ein ja muss kurz warten ich habe ein ladepilzieren okay alles kein thema wir haben wir zeit wir haben doch keine zeit was ich gecheckt habe dass ich die jetzt mit f2 das annehmen muss weil ich bin im hauptmenü wie gesagt ich kann hier keine charakter der löschen neu also bei bei dings ist das irgendwie einfacher bei wildlands mit einladen ich denke mal ich muss rechnen euch starten ja ja dann mach du das mal maßnahmen verbindung zu bitte versuchen obis und dienst fehlgeschlagen einstellungen was hat er denn vielleicht die 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 windows feier wollte breakpoint block ja nein nein ich bin jetzt online es sind wir ja entdecken sie die ki themen minder gehen ich bin drin alleine aber warum kann ich keinen einladen ich bin schon da macht da warte mal sorry da bin ich wieder f2 das ging aber schnell naja ich habe das kein ton ist drin oder war ich kurz in der martin also da habe ich noch mal heute 16 gigabyte so ich müsste drin sein jetzt bei euch naja du bist drin jetzt war die stadt so ich hatte nämlich auch kein ton ich muss den ton umstellen ja es ist mal wieder technisch das chaos beim streamer ja gut chris mache ich morgen schicke ich dir ein foto um also vermögen will ich da nicht mehr für haben hast du noch mal für deine grafikkarten abteilung sendung was kannst du die noch mal neu belegen ich schlag da ist aber der lag ab hier war sie gestern im stream ja ich war ich gestern da und trotzdem nicht wir müssen doch auf hockey warten einladung ist draußen weiß ich aber schon neu gestartet hat ja leute so ist dass jeder ihr da draußen manchmal dauerzeit ein bisschen aber ich hoffe es wird wieder recht lustig nicht die du heißt da pro mexima ja ok ich habe mich mal umbenannt wie heißt er da groß groß sich xima wenn ich das jetzt richtig aussprechen ich habe genau deine bürde im kopf ich habe nur eine kann er sich auch nicht angewöhnen ja ja ok ja weil er immer so ungeduldig ist da musste immer irgendwelche leute die nicht dafür können abschießen der läuft ja hier auch nebenbei wir müssen das ja hier ein bisschen abstimmen sonst haben wir hier noch mehr chaos wenn wir hier koop spielen ich bin wir das wie wildlands oder so mehr wie der division das muss man ja umschalten ne ganz normal team und master mastermind macht ihr den jeden feind erledigen wo das ist und mastermind und mastermind gibt hier den chef den chef ton an weil der hat das nämlich alles schon einmal ich bin ein bisschen raus ich hatte damals nicht so viel zeit und deswegen habe ich gedacht kann man das ja nochmal machen ich habe noch gar keine klasse ausgewählt du kannst auf diese scharfschütze gewöhnt und wir müssen das wäre nicht schlecht ich komme den berg nicht hoch ich bin verletzt ich habe das bein verletzt siehst du ich habe das rechte bein verletzt ich kann nicht so die ist erstmal ne waffen kiste und und wo seid ihr denn schon wieder der klinge vergiftig der wagen so dass sie war im moment wieder ins auto 10 1000 fenster der alley der aller rallye rader da 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 einer muss ja aufpassen und schießen wo soll es hingehen gibt mein Ziel an Da ist gleich ein Ziel, um die Ecke, fahr' ich weiter. Mit Verneintungszieler Umsehsport. Vorsicht, Gegner nach unten rechts. Oh oh, sind das die ganz Starken? Irgendein ist ausgestiegen. Ich. Die sind runter. Wo ist die Scheißdrohne? Hast du? Ja, hast du. Ja. Die Drohne haben wir. Gut, die haben wir. Loot. Lootiii. Oh, das ist gelbe Loot. Oh, Loot ist immer gut. Lootiii ist halt die Schwester von Lottiii. Ja, von Corona. Von Carola. Tragen will ich den nicht. So, dann jetzt. Action! Action! Ich will killen! Ah, schon. Ich brauch'n kill! Oh, schon wieder Autofahren. Jetzt sind wir in der Nähe. Wollen wir den nehmen? Ja, nimm an. Hauptsache, ich kann killen. Und muss nicht sterben. Habt ihr ihn? Der Hawk ist nicht eingestiegen. Auf andere Seite. Ja, auf andere Seite. Wie in England, links. Wer schießt da schon wieder auf uns? Die da oben? Die oben rechts. Der war da oben rechts. Genau. Jetzt nicht mehr. Trons. Ey, da... Acht grüne neune... Da sollten wir vielleicht mal aussteigen. Was zum... Ach, ach... Ach, 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 ach... Äh... What the... What the... Holy... Los. Wie war das nochmal Mastermind? Ist das jetzt dem höchsten sein Level angepasst? Ne, nicht. Scheiß, ich bin tot. Ne, das ist mein Level, glaub' ich, gell. Das... Ja, deswegen haben wir hier die Drohnen am Arsch. Das ist der Frage schlimmisch. Hahaha. Da war doch was, gell. Da war doch was, gell. Jetzt bin ich mal grade Stufe 4, ey. Und tot. So, ich hätte gerne nochmal... Ich hätte nochmal ne Droge. Ja, dankeschön. Und gleich nochmal. Oh, ich wär verletzt. Der ist im Auto gestorben. Der ist nicht. Wo ist ein... Wo ist ein Hawkey? Im Auto. Ja, warte. Was soll ich holen? Ja, jetzt kann ich. Ah, das war einer, gell. Ja, warum bleibt sie auch im Auto sitzen? Gestorben wird draußen. Ich auch. Äh... Ja, ihr wolltet, dass ich Gruppenführer mache. Oh, ja, 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 ja. Saki. Ja, das war wohl jetzt kein Wunschkanzer. Ne, ich merke. Ey, warte mal. Ich zeige grad noch was ein. Bei 205. Boah, ich hab keinen Platz hier, ey, scheiße. So, ich hab eingesammelt. Wir können wieder. Wow, warte auf mich. Warte auf mich. Ja, hier bleiben. Die haben zwar Straßen auf der Insel, aber es gibt keine Brücke, die da runter führt. Also... Kann ich nicht einsteigen? Keine Ahnung. Die kamen auf gerade Fläche, vielleicht gehts dann. Vier Meter. Nee, komm ich nicht rein. Ja, ich muss da rein und mal einsteigen. So, jetzt bin ich im Ort. Ich muss das mal probieren. Warte mal. Dann... Versuch's mal vorne noch, Thomas. Ja, da komm ich rein. Guck mal. Ja, da komm ich rein. Kommen die auch nicht rein. Hahaha. Ach. 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 Die Tür ist wahrscheinlich verpackt, als du vorhin rausgeschossen wurdest. Warte mal. Wie kann ich Platzwechsel machen irgendwie? Ja, mit B? Warte mal. Nee, ich kann gar nichts machen. Auto, Schrott, aussteigen, alle zu frühslaufen. Okay. Ich hab die Verschrottungskanone. Alle Mann in Deckung. Okay. Daki, du bist im Explosionsradius. Oh. Ah. Munitionsverschwendung. Weiter geht's. Nichts braunfaches. Den Feind zurücklassen. Woher? Habt ihr ein Ziel? Nö. Jetzt hab ich dein Ziel. Ja. 419 Meter. Guck mal, Latsche. Ah, da ist Blut. Immer mitnehmen. Ach, das ist wieder da oben drin, ne? Ja. Puh, 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 puh. Boah, wegsch, das hat ein Level jetzt. Na ja, gut. Also, ich hab das noch nicht ganz begriffen, wie das Spiel das jetzt handelt, weil man, wenn einer das ausschaltet und die anderen es noch anhaben und... Boah. Ja. Das Ausschalten, das anhaben. Ja, du kannst doch diese Spielerfahrung einstellen, nicht wahr? Immersiv und, wie nennen sie das andere, äh... Ach so. Ja, äh, keine Ahnung, hab ich auch noch nicht ausprobiert. Weil, wenn ihr das nämlich nicht habt, dann halten die ja Kopfschüsse aus, da diese High-Level-Gegner, ne? Dann sind die ja richtig stark. Ja, geschockt sogar. Ah, tschau. Das sollten wir vielleicht rausfinden, weil sonst könnte das ein bisschen... ...haarig werden? Egal. Den Spielspaß mindern. Okay. Die Skalabere geht mir auf den Sack immer. Das ist einer dieser verlorenen Kontinente, wie Lemuria... Wunderschön. Ja. Und guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Aber meine Recherchen waren ergiebiger. du bist gleich nur am rande ja ja wir spielen heute alle break down korana break down breakpoint entschuldigung ich hab'n frosche meig wir waren alle mal so ist das gelaber endlich vorbei ja ja guck mal in den boden das hier ist keine terrasse die sie hier gebaut haben alles gräber macht nix passiert da oben ist da geht es gleich zur ballerei ich will erst noch abstauben wir öffnen was gibt es denn da schönes credits gab's credits so wo seid ihr ich habe ich habe letztes mal gebacken habe ich letztes mal gemacht hier fünf kilometer nehmen wir den da unten man nennt ihn auch den wanderschaft simulator da können wir auch wieso nicht da müssen wir nicht hin du musst die mission machen nicht irgendwie dann ja gut dann nicht so schießen auf geht's laufen bis auto oder fahrzeug hubschrauber keine ahnung und zwar in dieser reihenfolge ja mir egal so machst du mal ein spring dann spring doch hast du falsch wir haben noch keine falsche mit denke daran das heißt es doch bestimmt wieder gleich schwimmen gehen ich gehe doch ich will nicht baden ist doch doch kein weihnachten unsere kunden anscheinend schon wieso große fresse bis nach meppen und zurück und keine ahnung was ist denn jetzt los ach so du bist der vodafone mann richtig ja genau hat es auch gut erkannt gut 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 weißt du damals haben wir alle gesagt wenn kinder was wollen oder kinder die wollen kriegen auf die brüllen oder irgendwie so ein scheiß alter heutzutage kannst du sagen wenn die kunden was wollen krise auf die fresse alter boah ohne witz was für ein ton die darüber kommen also ich kann ja manche verärgernisse verstehen also alles gut bin ich vollkommen bei den kunden ich bin auch einer ich gucke auch auf die kunden mir ist auf das ist ellbogen gesellschaft ich sagte ich sagte auch immer wenn wir uns auf der straße treffen würden sie mich auch nicht so anschreien also ich komme nicht hoch ich stürze ab ich glaube das war auch so eine fähigkeit spielst du das mit controle ja bei mir klettert die schon ganz langsam hier denn dann bei ich komme nicht hoch ich krieg kein hoch komme ich hoch das war sehr dünn ja gut aber sind wir das nicht so darky gewohnt ach kommen sie nach der sendung doch mal in meinem büro in den ersten raum in der dunklen ganz dunklen welt willkommen in meiner welt bald gibt es ja auch vom tag mit merchandising ne da machen wir die darf reda als dunkle duc 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 oder tuc duc oh mastermind sag mal er bin ich hier bei den bergsteiern gelandet oder was warte mal härter unten lgw bringt er uns was warte mal hier wie wir euch safe freunde suchen könnt oder wer freunde bekommt habt ein inventar bei csgo von viereinhalb tausend euro und die schreiben euch und wollen euch eure freunde sein ja das kann ich mir vorstellen das ist so nervig jedes mal wenn du tagsüber dann auf einmal nach rechner geht und die freundschaftsanfrage schreibt auf deinem profil bitte alle milch ich will dann komplett verkaufen also ich habe schon gesagt wenn ich safe mit csgo aufhören sollte teil verkaufe ich ein teil gebe ich an leute ab die ich echt mag also fast also ich habe verschissen ich fall den berg jetzt wieder nach unten ja das ist das ist mir auch aber siehst du was passiert ich komme hier nicht hoch ich komme hier nicht der master meint ist so ein scheiß weg gegangen dass ich hier nicht hoch komme ich brauchen war ich brauchen wagenheber geht zum grund zum zum grund des berges setzt sich dahin und warte bis die dich abholt mit mir ich mache ich die freunde ich brauche gleich ein zelt ich mache hier kämpfe auf bitte ein sauerstoff scheiße ich ich komme ja nicht hoch ich kann es vergessen ich ich mache hier voll den abweg wo ist denn da noch eine möglichkeit wie teuer ist denn das spiel jetzt eigentlich gar nicht so teuer eigentlich immer noch nicht so teuer 60 euro wenn du wenn du das sind dieser wie hast du das mit den dlc ist und ist nun zusatz gedöhnt ja das müsste ich ja kaufen zu spielen moment ich habe die umsonst gehabt ich habe eine cpu gekauft und habe das mitgekriegt so da soll ich jetzt so jetzt muss ich mir mal ein wenig suchen wie ich da jetzt hochkomme das sieht ja echt scheiße aus hier magst du setzt sich doch hin holen campingkocher daraus ich versuche es noch mal mit der mit der notlösung hier ich habe ja noch gar nicht die bleibt damit komm hier wo seid ihr denn ich bin rausgeflogen fähigkeiten der charakter hat ja noch nichts ich habe diese diese gründen so und alle nicht gespielt das war der ja 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 nix naja ich bin ja warte mal ich bin gleich da irgendwie komme ich so 440 meter ich habe es geschafft ich habe wieder hoch ich bin später ich bin gleich da scheiße wäre das nur wenn du jetzt erst gleich merkt dass auf so ein abhang nur hochgekommen bist und dann eigentlich hoch ist tot könnt ihr nicht auf mich warten bis ich tot bin jetzt muss ich wieder im schnellfall jetzt den bärchen wieder runter hier das spiel besteht hier nur aus laufen aber dann nimmt es kann auch nicht wieder das gab es auch ein landesimulator und er sie den bärchen nämlich das ist das von open world ja jetzt bin ich geworfen wohl zu weibeln spiel jetzt wenn ich einmal ich hab doch oder sagen wir das passt rum rennen muss du musst halt alles suchen also du hast da ist aber stay sie ist noch ein bisschen näher an zu weil wir als fallout ich hab dir gerade in ausgerettet da war das master meint ich dem ausgerettet aber der hat ich habe mich selber verlebt ich habe der lebensgerät kommt hier der buch da ich gerade überhaupt nicht durch klickt bei dem spiel bin ich erstmal raus hier den buchschrauber rhein-rhein-rhein baller sie weg du hast die knarre hau ab hau lieber ab ja gibt sie ihn besorgt es ihnen das hat schon die super knarre feuer 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 frei mehr ich will was sie für mein geld ich habe ja schließlich eintritt bezahlt da wo das ist ist glaube ich noch so viel ja das ist das ist ja Das wäre ja ein Einsatz wieder für Gamesbreak, ne? Hubschrauber. Schlapp, schlapp. Passt so gut wie das Gatling-Geräusch, ne? Hier ist du nur ein bisschen schneller in der Front. Irgendwo ist noch einer. Und hinter dir schießt einer. Ich kann bloß nichts machen. Da im Gebäude. Ne, ein bisschen weiter nach vorne war. Stopp mehr abends, oder? Da ist noch einer. Da ist noch nicht. Ich sage mal, einer geht runter und guckt und der andere fliegt oben rüber. Da unten ist noch einer. Wird schon nicht mehr. Ich glaube wir können runter, oder? Ja, da ist noch einer. Ja, und der hat sich versteckt irgendwo. Ein Verbündeter ist außer Gefecht. Den haben wir es gegeben. Den hast du es aber richtig besorgt. Ja, da stehe ich drauf. Komm eins an welchen. Loten. Die Belohnungen. Was nichts kostet. Belohnungen. Hier sind ganz viele Belohnungen. Das kann ich ja gar nicht alles tragen hier. So, was passiert, wenn wir es befreit haben? Kommen die anderen? Wie? Oder nicht? Na? Verstanden. Oh mein Gott. Da ist die Kiste, die will ich auch. Kiste, Kiste. Wer da? Jupp. So, was gibt's noch? Hm, das. Hm, da hinten war noch was? Hm. Den nehm ich auch noch mit. So, mein Rucksack ist voll. Wie? Ich bin voll. Voll wie ein Amtmann. Im Rucksack. Next one. Warte mal, ich will noch einen, einen killen. Der ist irgendwo da oben. Wo ich verstecke. Ich bin auf dem Weg zu dir. Wo ist er dann? Komm, 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 putt, 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 putt. Ich möchte nur um dich kümmern. Ich komm jetzt. Ah, da oben ist noch eine blaue Kiste. Ah, warte mal. Da oben ist eine blaue Kiste. Da hinten noch was. Dann müssen wir noch mal links um die Ecke. Ich glaub, unter dem Gebäude ist auch noch irgendwas. Ich will bei dir jetzt Tüchlein deck dich. Ich deck dich von hinten. Ne, ne, lass ihn mal. Das ist nicht so gutes Decken. Warte mal, da links war, war noch schon, ist noch einer rumgegeistert eben? Ja, irgendwo ist noch einer. Du humpelst es auch schon auf dem rechten Bein. Also bin ich nicht alleine. Ja, das ist nur ein Balken weg. Wenn man den Aburlaub wieder normal. Aber irgendwas ist hier in der Mitte, laut Anzeige, noch rot. Ja, der ist unten drunter. Der Drecksack. Boah, ich hier denn? Das geht ja gar nicht. Ja. Wo treten das rum? Warte mal, hier geht's runter, wo ich bin. Ja. Ja, hier ist so irgendwie unterhalb. Also irgendwie müsste er jetzt hier eigentlich ganz in der Nähe sein. Links. Bisschen Berg hier runde. Ah, ne. Mach dann hier rum. Also, Asti, der jetzt ist weg. Jetzt ist es weg. Ja. Hast du ihn erwischt? Jo. Das war eine Kanone. Ah, okay. Ach, die hier. Dann haben wir da hinten noch eine Kiste. Das sehe ich gerade. Waffenkiste. Warte. Doch, da ist irgendwo noch eine Waffenkiste. Die ist aber der Obergläubische. Humpel nicht so früh hierher, Master. Mein, nimm das Motorrad. Nein. Du siehst ja schon aus, als wenn du 80% schwerbehindert bist mit deiner Humpelei. Ohne die Kiste. Ohne die Kiste. Keine Ahnung. Die wird mir hier angezeigt. Ah. Ne. Das ist alles mal gar 10. Das glaube ich schon voll. Die wird mir eine Kiste angezeigt. Oh, ich komme mir vor wie, äh, wie der Wandersmann hier. Ich lege mich erst mal in die Etage tiefer. Das mache ich jetzt alles im Schlafen und nebenbei. Zu wenig Action. Die ist unten drunter. Ach. Wo ist denn die Kiste? Ich will die Kiste haben. Verzicht auf die Kiste. Nächster Einsatz. Nein. Da muss er vor sich wegkumpeln, hier. Ah, die ist hier unten. Da geht ohne Schätzchen nicht nach Hause. Da geht ohne Schätzchen nicht nach Hause. Ja. Ah. Weißt du. Sammler und Jäger. Ne, mehr, mehr ein Sammler hier. Ah, ne Pudelmütze. Wegen der Pudelmütze machst du hier den Aufstand. Ah ja. So, jetzt können wir in die Fliege. Das wird aber auch Zeit. Damit ich deinen Gehumpel hier nicht mehr sehe. Ja. So, flieg. Ich warte schon. Oder soll ich wieder? Ich. Soll ich wieder fliegen? Das wird doch wieder übel. Du weißt doch. Da geht der Bruchpilot. Naja. Ja, ja. Oder Bucks. Oder Bucks, wie der heißt. Auf der anderen Seite, da ist, leuchtet was, kannst du reinballern. Ich glaube, der hat unendlich mit Munition, ne? F2 soll ich... Wer ist das? Was ist das? Ich habe eine Mission ausgesucht. Ach so. Ich habe da noch eine. Ach so, okay. F3 abbrechen. Ja. Egal. Weiter. Ähhhhh. Machen wir erst hier, dann machen wir rüber zum gelben. Aha. Kriegen wir. Also alle, die da still und heimlich zugucken, wie Stripfang... Die Namen kann ich gar nicht... Erstmal wunderschön guten Namen, ne? Weil keiner schreibt was in die Kommentare, also... Aber das ist nicht heiß, ich habe es nicht gesagt. Oah, du bist genauso wie Gamespack. Immer von unten, von oben. Immer drauf. Bei dem Waffenlevel... Dieses Fleisch sinnvoll, oder? Man will doch auch mal ein bisschen kämpfen. Darfst du gleich. Ist noch genug. K mín, difí... Nähn, nähn... Lande mal! Das ist langweilig. Jetzt können wir... so ich lande hier oben ja wir brauchen action runter hier runter ich will aussteigen ich bin raus feiner weniger scheiße wer war das denn ich glaube ich hätte erst damals geschützt und da kommt der auto er muss das wieder eine luft jagen der hat der hat gerade geschwissen man da so geschützt ausgeschaltet scheiße jetzt wieder rot ich gleich mich ja gerade an vorsicht das geschütz so weg ist er ich habe eine waffenkiste ich weiß ich hatte da war waffenkiste aber wo ist er da kommt eine granate geflogen so sabotieren also das habe ich sabotiert jetzt ich verlasse mich aber mal wieder okay wir hören uns die tage mal wieder wo sind sie ja schon wo ist der der ist da oben im turm so jetzt ist er weg winke winke du arsch so ja was ist denn das hier für ein schönes gerät ich habe die richtigen jungs ich versuche mich mal ja mit euer erlaubnis aber noch irgendwo ein da bist du so sieht nicht so aus ne also generell theoretisch könnten wir jetzt mit zwei hubschrauber zwei schrauben zwei schrauben ja zwei schrauber hooper kann ich doch mal ein bisschen trainieren hier ok ducky macht hubschrauber training die hat auch hin 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 so staubt ihr da unten noch ab oder was ja ich verzichte ich bin ich mache jetzt meine übungsstunde damit ich das endlich mal wieder lerne musst du aufpassen dass ich deinen nicht zerlege so heute müssten die bei anja bei einiges löschen ach so an die fritz box 65 91 leute oder überhaupt das update 22 ja die support auf 27 22 ist draußen so ich warte hier oben in der luft auf euch jetzt haben wir zwei baller hier ist ja nichts mal gut dass nämlich das sprit ausgeht runter hoch runter hoch so hier ist nix vielleicht noch irgendwas zu zerstören was wir vergessen haben warte mal da war da ist noch einer irgendwas hat er mir dann gezeigt von oben flieg mal ein bisschen runter jetzt ist es zumindest weg fliegst du angezeigt wenn die mission fertig ist hoch rechts neben dir salut sich gerade von oben links neben dir auch in einem ein häuschen ja da komme ich rein hier oben haben wir irgendwo eine leise flinke butter hat mich abonniert dankeschön oder muss ich auch jetzt was einsammeln kann das sein naja komm mal runter vielleicht liegt es auch daran der hubschrauber fliegt uns ja nicht weg den kabel kriege ich ja gleich wieder zurück und hier drin wird es mal angezeigt so kann es nicht mehr da schön die gar nicht mehr nee das ist auch weg der ist weg na gut ich fange noch mal ein bisschen einzusammeln vielleicht hilft das jetzt ein bisschen so ich mache noch mal eine kiste auf hier ich mache noch mal ein bisschen willst du musst nur eine leise nehmen dann kannst du rein gehen ach so ja wo kriegen wir noch leise nehmen kommst du rein bin drin bin auch drin wenn wir nicht auf der faust du kriegst ja hier oben ist der orange punkt 26 meter auf stein geschrieben ist ja irgendwas mit stein ist doch bestimmt zu die langen karte nehm ich wollen ne ne du bist das auch dach hier sind die sind die die müssen wir aber durchsachen irgendwas auf stein gestrieben warte mal so kann man weg fliegen da ist nur zwei jahr da können wir zwei also wir müssen zwei schrapp schrapp nehmen ja aber beide haben von so fliegen wir dann in durch eine motion aus ja ich komme schon runter ich kann dich auch mitnehmen was da mal ganz einsteigen so mastermind gibt es die ton an 12,1 km und das Kälbe Kälbe ist näher 5,8 ich sehe nichts irgend einer schießt auf mich da ich schieße der hat beides ich bin im hebel des grauens ich sehe nichts also ok sie ist auf den gelten punkt würde muss nach vorwärts Darkie ja ich weiß der fliegt bloß so langsam ja merkst du was das ist da unten ja ich sehe ihn gerade muss man ein bisschen tiefer ok das ist die knarre das bin ich ach so runter das ist die falsche der wenig abweilen moment er kann die control so umschalten erst wirklich das ist höher er ist doch vorhin runter gegangen mit einem knopf warum macht er das jetzt nicht er geht nicht mehr runter irgendwie hakt die scheiße das ist nur vorwärts rückwärts das normalerweise war der eine knopf zum runter ich habe controller am wickeln ja entweder müsste jetzt sinken glaube ich mache da jetzt auch er sinkt so und war machst du mal gleich ein bisschen trinkt ich kalt trinken trinkt das jetzt bis war das ist nur ein bisschen raus kommen wo bist du denn im wasser ja das ist scheiße bin aber da das ich freue mich jetzt erst mal den weg frei so der da oben müssen jetzt kopfkürzer sein eigentlich siehst du dieses kleine schweinchen immer noch da hat ich geh zurück wo ist noch einer das einer hinter uns ich sehe nichts ach da unten die säcke ja war jetzt gerade da rechts auch in den gebäuden zwei weniger so haben wir noch irgendwo welche die auf uns rumballern das ist ja da stürzt da kann ich nicht landen das geht nicht so ein bisschen vor so raus mit dir haben wir noch irgendwo ein die ich platt machen da vorne wo sich master meint in deiner näher da ist einer mut schraube und schießt zwei sind weniger weisen weniger von mir ist ganz schön da sind da sind da sind da sind Ich meine der. Komm mal runter. Sag mal, wo ist er dann? Da vorne. So drei habe ich noch erwischt. Hey, wie weit weg ist er dann? Das glaube ich sauber jetzt, ne? Komm runter. Ja, komm runter. Komm runter. Ja, ich blende. Danke. Irgendwo. Ne, jetzt haben wir es glaube ich. Musik ist weg mit abends. Lass es mal losen. Ich glaube die Mission habe ich schon. Ich sehe irgendwo noch einen roten Punkt da. Kann möglich sein. Ach da, den Souveressen vermisst. Hallo. Ich will ihnen nichts tun. Wollen wir die jetzt retten oder was? Wo du bist? Ich bin doch um den Lutern zusammen. Ich bin Barock. Oh Gott. Ornithologin? Ah, ihr seid ja ganz zu hin. Äh, neu. Warte mal. Da muss ich hin. Neuer Einsatz. Nix. Nix machen. Nein, nein. Episode eins. Nebeneinsatz. Icarus Pausen. Keine Ahnung. Hast du Video? Nö. Weil das Video wo unten angezeigt wird, den Stand nimmst. Ich sehe nichts. Äh, B. Ah, okay. Oh, habe ich sie erschreckt? Oh. Ne, ich habe sie angeschossen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich spiele gerade mit Controller. Mann, ich platz sie gleich aus. Das ist ein Gejammere. Geht mir auf den Sack hier. Frau Ornithologin? Ich beobachte keine Vögel. Ich halte nach Drohnen Ausschau. Verbringen die Leute auf diesem Felsen so ihre Freizeit? Hey, es gibt zwei Stellwissenschaftler, die eine Studie über sie durchführen. Und mal gutes Geld. Aber wenn sie mitmachen wollen, müssen sie erst einmal persönlich mit den Wissenschaftlern reden. Wo kann ich sie finden? Die Hausen im östlichen Teil vom Channelshafen. Die Gegend heißt genauso. Dann besuchen wir das ab. Langsend. So. Organisiert jemand... Also... Das ist hier nur ein Zweisitzer. Einer muss jetzt zu Fuß gehen. Mosse meint, warum musstest du auch deinen Versenken? Weil du nichts gemacht hast. Ja, immer bin ich wieder schuld. Na ja. Ist ja so. Daki? Ja. B-U-S-S-Y. Was ist das? B-U-S-S-Y. Ich verstehe nur... Blue Screen. Nein! Pussy! Pussy! Ach... Ich knall die Pussy da hinten gleich ab, dann ist Ruhe im Karton, ey! Die geht mir auf den Sack! Auf den alten. Ja. Der alte sagt, komm! Hockey... Wollen wir einsteigen? Fliegen? Oder was machen wir jetzt hier nun? Wo geht's hin jetzt? Keine Ahnung. Immer dem Tod entgegen. Ich will ruhig spawnen. Mann, Mann, Mann. Ich komm mir jetzt... Ich komm mir schon mal vor wie ein Blue Screen. Ah, da ist noch eine Info. Ja, dann nimm sie mit. Mach ich ja auch. Ja, wollen wir den Hubschrauber stehen lassen und ins Auto nehmen oder wie? Wie ist es egal? Kannst du auch einen Hubschrauber nehmen? Dann nehme ich mir den Hubschrauber mit. Dann sind wir doppelt gewappelt. Gut. Äh, warte mal, welche Richtung ist? Nähe. Da ist noch irgendwo was in dem... Heute, oder? Ne, das ist weiter weg. Wie weit ist denn? 1,2 Kilometer. Ach, da fahren wir hin. Bis da geht da, sind wir da. Ja, genau. Ich kann ja noch ein bisschen Übungsstunde machen mit dem Hubschrauber. Ich bin aber gleich beim Hubschrauber. Wir sind gleich da. Stopp. Vielleicht sind diese Raketen noch hilfreich. Wer weiß das schon. Jedenfalls bin ich bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Da steigen. das ist die strafe dafür dass ihr mich kählen wolltet ihr habt welche vergessen so wo seid ihr jetzt da oben alle schon eingenommen war ihr weiter zu viel zu schnell neben mir hatten angst gehabt dass du uns alles kaputt machst okay ihr kleinen säcke wir denken mit ah da ist ein lausch in wo in der suchen kiste oben oben da episode 2 einsatz noch ein beanie hat da liegen die auf dem dach und also komme ich wenigstens mal zu meiner übungsstunde ja ich bin ja gerade am aussteigen aber näher die mission haben wir da hochkommst du auch nicht drauf kontakt zu seinem tisch aufnehmen feindliches auto unterwegs erledigt es kommt noch mal ein fleisch dein hubschrauber total du bist du aufmerksamkeit der regel das ist aber mein lieblingsgefährd jetzt ich mache das so wie games crack jetzt ich bin geil aufhubschrauber nein quatsch so können wir aber jetzt erzählte man ja warte mal ich komm der hat er hat mich runter geholt der sack du schwein du hast mich da runter geholt jetzt kriegst du panik so ende gelände freundchen ist nicht der hat mich runter geholt der hat mir mein hubschrauber kaputt ich bin die dicken sauber wie wollen wir den großen nehmen oder ist mir egal mir ist egal sind beide bescheiden da wohin da wo es keine ahnung letzte runde ich mache jetzt auch dann bleibt schon wieder halb 10 hinter dir kommt hinter uns kommt jetzt gerade was ich sehen rotes fahrzeug mache ich platt viel spaß der heiden ist 17,9 kilometer zu weit und die gelbe mission ist dann auch meine letzte runde für heute runter zurückziehen steht da ich bin tot hoch ist auch tot bis gleich alle tot du bist umringt von drinnen verstärkung angefordert ich glaube das war es denn jetzt ich will schon mal sehen das werde ich jetzt sehen erst mal ein neues Sonnen scheiße schon wieder tot ich bin überall scheiß drohen scheiß drohen woher ich bin hin woher woher wir wurden getötet Ja, dann war es das auch für heute. Ich habe noch keine Ahnung gehabt. Dann müssen wir mal anders vorangehen. Ja, wir können ja Samstag noch mal in späten Nachmittag probieren. So Leute, das war es hier mit dem Stream. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Bitte das Verfolgen nicht vergessen. Immer folgen. Fürs Verfolgen. Und da gibt es auch so einen anderen Knopf. Werbung und Folgen. Danke fürs Zuschauen. Wer da auch immer noch nebenbei drin war. Ja, sind ja noch einige. Duff Reda guckt zu. Mein Sohn, Max Meister und und und. Ja, geht Samstag weiter, Jungs? Ja. Muss ich schauen. Aber nicht so spät. Wir quatschen morgen noch mal. Keine Ahnung. Kannst du jetzt nicht zu 100% sagen, wie. So, dann macht es erst mal gut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Nicht den Kopf zu weit aus dem Haus stecken. Lieber zocken. Ist gesünder. Ja, kann ich nur dazu sagen. In diesem Sinne, wie gesagt, tschüss. Bye, bye. Sagt ihr auch noch? Winge, winge. Horki? Winge, winge. Ciao. 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 Ciao.